Hallihallo! Ich freue mich euch, wie sie mit uns geht, die Farbe enden können und auch den Farbe einmal enden können. Und von daher öffnen wir ein neues Projekt Datei neu und dann können wir einfach loslegen. Also das Projekt ist schon da und dann können wir einfach loslegen, indem wir unsere Hintergrundfarbe enden. Also Entschuldigung, wir drücken einfach hier auf den Reiter und dann können wir unsere Hintergrundfarbe hier enden. In diesem Farbe, ja, wir können zum Beispiel, ich drücke erst mal, dann können wir einfach enden, wie wir wollen und Sie sehen schon, die Farbe werden einfach zugewiesen. Wenn ich immer drehe, sollte ich langsam drehen, um einfach eine bestimmte Farbe zu suchen. Sie sehen schon und von daher, wenn Sie die Farbe gefunden haben, dann machen Sie einfach zu. Oder Sie können auch hier die Farbe einfach aussuchen und enden, wie Sie einfach wollen. Sie sehen schon. Und die Möglichkeit besteht auch hier, Sie sehen, wir können verschiedene Farben hier einfach aussuchen und drücken, wie wir einfach wollen. RGB auch genau so. Und so können Sie einfach Ihre Sachen enden, wie Sie wollen. Also Sie haben alle diese Möglichkeiten, also vier Möglichkeiten, wie Sie die Farbe enden können. Und von daher mache ich nochmal, damit Sie besser sehen können, worum es wirklich geht. Und Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und es wird einfach sehr schön. Also wenn Sie fertig sind, dann machen Sie einfach das Rest dazu. Und dann kann ich euch hier zeigen, wo einfach die Farbpaletten sehen und wo Sie die Farbe einfach enden können. Also hier unten sehen Sie eine Farbpalette. Und hier auf diese Hecht können Sie da drauf drücken. Und hier haben Sie einfach unsere Farbeimer. Und dann können Sie lange und Sie können einfach alles einfach probieren, wie Sie probieren wollen. Und Sie sehen schon, Sie können einfach zum Beispiel solche Farbe hier oder solche Palette hier benutzen. Und wir malen erstmal etwas hier, damit Sie besser sehen können, worum es wirklich geht. Also wir malen das hier. Und dann können Sie zum Beispiel diese Farbe und diese Farbe und solche Farbe einfach enden. Und Sie sehen schon, die Farben werden einfach anders jetzt. Und von daher sehr schön. Und immer wieder, wenn eine die Farbe auch nicht so gut gefällt, dann könnt ihr einfach enden. Und Sie sehen schon, wie es ist. Und von daher haben wir auch tolle Farben da. Wir können auch auch enden. Verschiedene Farbe einfach enden, wie wir einfach wollen. Und immer wieder, wenn es nicht so passt, dann enden Sie einfach und machen. Wir drücken einfach da. Und dann können Sie auch enden, wie Sie wollen. Und viele tolle Farbe. Und wir werden einfach hier. Natürlich können Sie auch die Breite, die Größe, die Breite, der Rahmen einfach enden von Ihrer Farbe hier unten. Also Sie können zum Beispiel sagen, mit der Größe wollen Sie auch sehr hoch sein. Und es wird einfach dicker. Sie merken schon, wie dick es ist. Und Sie haben auch die Möglichkeit zu sagen, mit der Breite wollen Sie zum Beispiel noch breiter haben. Und es wird wirklich noch breiter. Und Sie können auch alles ändern, wie Sie einfach wollen. Also von daher sehr, sehr schön. Sie sehen schon, wie es breiter geworden ist. Und Sie können auch alles ändern, wie Sie einfach wollen. Also von daher sehr, sehr schön. Sie sehen Sie können einfach die Sachen ändern, wie Sie einfach wollen. Und wenn Sie einfach etwas gezeichnet haben, dann können Sie weitere tolle Sachen einfach weiter zeichnen, wie Sie einfach wollen. Und nicht nur das, sondern auch überall können Sie auch richtig malen und eine Farbe immer zuweisen, wie Sie wollen. Und auch hier können Sie die Farbe einfach zuweisen, eine Farbe zuweisen. Und Sie können hin und hier einfach verschieben, wie Sie wollen. Und von daher sehen Sie, was wir hier machen. Und Sie können zum Beispiel verkleinern, vergrößern und verschieben, wie Sie einfach wollen. Auch mit der Störungstaste und mit der Umschalttaste auch können Sie auch alles bewegen. Und Sie können auch natürlich einige tolle Sachen auch hier ändern, wie Sie wollen die Farbe ändern, wie Sie einfach haben wollen. Und wenn die Farbe auch nicht so gut passt, dann können Sie immer einfach ändern. Sie können auch die Beide zum Beispiel gruppieren oder kombinieren. Sie können einfach alles damit machen, was Sie wollen. Und von daher sehr schön. Sie können nicht nur mit solchen Sachen arbeiten, sondern Sie können auch Kreise so erzeugen, wie Sie einfach wollen. Die Beide anfassen. Ups, die Dekraft ist jetzt zu wenig, deswegen sehen Sie nicht. Also ich erfülle nochmal die Dekraft, damit Sie besser sehen können. Und die Farbe kann ich auch nochmal ein bisschen ändern. Also ich gucke nochmal unsere Farbpalette, welche Farbe ich jetzt haben möchte. Zum Beispiel solche Farbe kann ich auch oder solche Farbe. Und dann können Sie zum Beispiel hier und hier bewegen, wie Sie einfach wollen. Sie sehen schon, damit können wir tolle Effekte einfach erzeugen. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Teil einfach zu markieren, um die Gegenwart zu positionieren, welche wir einfach haben wollen. Sie sehen schon, und Sie können drehen, alles machen, was wir damit machen können. Und also von daher, man kann damit sehr tolle Sachen wirklich erzeugen. Und wie gesagt, Sie können zum Beispiel gruppieren, wenn Sie gruppieren wollen. Dann gehen Sie einfach auf Objekt und dann können Sie einfach hier gruppieren. Oder Sie drücken die Steuertaste G. Es wird einfach gruppiert. Und wenn Sie diese Gruppierung aufheben können, dann gehen Sie wieder hin und dann sagen Sie Gruppierung aufheben. Oder Sie drücken Umschalten und Steuertaste G. Und es wird einfach, ja, aufgehoben. Und wenn Sie zum Beispiel, ja, markieren oder ein Muster machen wollen, Sie haben viele Möglichkeiten, Objekte in viele Muster einfach umzuwandeln. Und von daher sehr, sehr wichtig. Ich werde euch nochmal in dem nächsten Video, Sie sehen schon, was wir da gemacht haben. Und ich werde euch nochmal in dem nächsten Video nochmal genau erklären, wie Sie einfach damit umgehen können. Und ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.